Die wichtigsten Dinge zuerst. Wenn ihr auf jeden Fall mit mir in Kontakt bleiben wollt und weiterhin kostenlosen Content bekommen wollt von mir, ist es sehr wichtig, andere Kanäle von mir zu abonnieren. Ganz unten allerwichtigsten den Telegram-Kanal, denn der ist unabhängig von YouTube und mein Zweitkanal hier auf YouTube zu abonnieren und sehr gerne noch den Newsletter bei uns auf Purazell. Da bekommt ihr natürlich auch andere Werbung, aber wem das nicht schadet oder wer davon gerne in Genuss kommen möchte, kann das sehr gerne tun und das ist auf jeden Fall eine sehr sichere Quelle dort, wo ihr Informationen findet. Warum? Weil Kanäle werden reihenweise gelöscht. Ich kann mittlerweile zehn aufzählen zu verschiedenen Kategorien, Politik, Alternativmedizin, wie auch immer halt. Wenn dort irgendwas nicht mehr passt, die Richtlinien ändern sich von YouTube mittlerweile fast monatlich und wenn man dann nicht auf der Hut ist, ich habe mittlerweile 30 Videos gelöscht von mir, damit mein Kanal noch konform bleibt und es ist einfach wirklich nicht mehr zu erkalkulieren. Von daher ist es so wichtig, denn nur so könnt ihr noch mit mir kommunizieren, indem ihr andere Kanäle von mir abonniert habt. Ansonsten bin ich einfach weg und ich kann euch nicht sagen, was passiert ist. Von daher drückt bitte jetzt alle, alle auf Pause und macht das einmal. Alles findet ihr in der Infobox. Los geht's mit dem Video. Ich danke, dass du auch wieder beim diesem Mal reingeklickt hast und dich für deine Gesundheit interessierst. Ich wiederhole nochmal, die Schilddrüse ist wirklich so wichtig für die Funktion zum Aufbau von gesunden Zellen. Und ich sage es immer wieder, fast 85% der Autopsien ergeben Abnormalitäten in der Schilddrüse. Und woran das liegt, das versuche ich euch nach und nach mehr zu erklären. Wenn die Schilddrüse einmal gewisse Abnormalitäten genossen hat, dann ist es sehr schwer wieder umzukehren. Von daher Prävention ist sehr wichtig. Manchmal sind 10 Minuten, die man sich nimmt für ein Video, wirklich entscheidend für seinen späteren Verlauf im Leben. Von daher gönn dir die Zeit, die gibt dir später keiner mehr wieder, wenn du krank bist. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mit einem Daumen nach oben und wenn du mich unterstützt für meine kostenlose Arbeit auf purazell.de. Denn nur dadurch kann ich wirklich diese Arbeit leisten für dich und dich weiter aufklären. Dankeschön. Ich würde mich sehr freuen, wenn du später auf purazell.de vorbeischst, um mich zu unterstützen. Jetzt geht's los mit dem Video. Seit Jahrhunderten gibt es Völker, die ihre eigene Medizin haben und dafür bin ich ihnen wirklich so dankbar. Wie viel Wissen haben wir durch diese Menschen bekommen? Gerne einen Daumen nach oben lassen für diese Völker und dessen hinterlassene Gesundheitswissen über bestimmte Pflanzen. Früher gab es die Pharmaindustrie noch nicht und heute vertrauen immer weniger Menschen der Pharmaindustrie, da ihr vorgeworfen wird, bis heute keine Heilung in Bezug auf chronische Erkrankungen zu liefern, sondern nur Symptom- und Drückerpillen zu verkaufen mit massiven Gewinnen und wohl Nebenwirkungen. Wie steht ihr zu der heutigen Medizin? Lasst mir gerne eure Erfahrungen in den Kommentaren da. Auch wenn ich nicht immer antworte, lese ich wirklich alle Kommentare. Gehört die zu den Menschen, die eher misstrauen oder die vertrauen? Also auch die Pharmaindustrie hat sehr viel aus der Natur. Malaria-Medikament aus dem Beifuß, dem Einjährigen, das Aspirin, die Salicylsäure aus der Weide oder das Penicillin, das Antibiotikum aus Pilzen und so weiter. Es gibt viele Pflanzen, die verschiedene Anwendungsgebiete haben, zum Beispiel das Kurkuma und Entzündungen, Ingwer und Immunsystem, Mariendistel und die Leber, Knoblauch und Bakterien. Ich wäre für ein System, in dem wir viel mehr Geld ausgeben, für Forschung, für gesunde Nahrungsmittel, für Stressverminderung und in der Pflanzenkunde und dessen Wirkungsspektrum. Dadurch könnte Präventionsarbeit geleistet werden, stattdessen steigen die Krankheitsbeiträge jedes Jahr. Wenn die Gesundheitskrise da ist, werden Milliarden ausgegeben, doch niemand hat zuvor ausreichend an die Prävention gedacht. Ein gesundes Volk zu haben, dass das Gesundheitssystem immer weniger in Anspruch nehmen muss und damit immer weiter entfernt von der Überlastung, ist doch wirklich erstrebenswert. Was ist eure Meinung? Was sind eure Top 3, die eure Gesundheit am meisten beeinflusst haben? Das würde mich sehr gerne interessieren. Davon können sicherlich auch ganz viele andere Leute partizipieren an deinen Erfahrungen in den Kommentaren. Es gibt viele Hinweise bei Lebewesen, wo sekundäre Pflanzenstoffe die Genexpression beeinflusst haben. Das heißt, inwieweit bestimmte Gene mehr abgelesen werden oder weniger abgelesen werden, die nicht so gut sind und so weiter. Zum Beispiel OPC, bei PPAR-Rezeptoren, die für die Fettoxidationen bei dem Körper zuständig sind und damit auch mit deiner Organfunktion einhergehen natürlich und der Verfettung deiner Organe. Dazu kommt übrigens noch ein Video sehr, sehr spannend. Oder bei Grünteextrakt, Epigallekötchen geladen, EGCG und Krebs oder Resveratolentzündungen und so weiter und so fort. Schätzungsweise 80% der Menschen auf der Erde greifen auf pflanzliche Medizin, das heißt Produkte, zurück. Heute geht es um die südasiatische Wurzel Ashwagandha, zu der Familie der Nachtschattengewächse gehört. Nicht direkt abschalten, glaubt es mir, es lohnt sich, denn das kann wirklich einen großen Unterschied vielleicht in deinem Leben dir bald bieten. Andere Vertreter wären zu den Nachtschattengewächsen Tomaten, Kartoffeln, Paprika, Tabakpflanze, Aubergine, aber auch der Stechapfel und die Tollkirsche, die ja giftig sind. Die Blätter sind immer giftig und einige Früchte und Beeren auch, doch die Wurzeln wie bei der Kartoffel sind ungefährlich und so auch beim Ashwagandha. Wir hatten uns entschlossen, Ashwagandha in unser neues Schilddrüsen-Supplement aufzunehmen aus verschiedenen Gründen und einige möchte ich euch hier einmal darstellen, weil ich einfach meine, dass es so unfassbar unterschätzt ist, diese Pflanze in Bezug auf die Stimulation deiner Schilddrüse und der Minderung deines Stresslevels. Doch Vorsicht ist geboten, bei einer Hyperthyreose, das heißt zu hoher Schilddrüsenwerte, zu hoher Schilddrüsenfunktion, möchte man natürlich nicht noch extra einen Stimulus haben. Das als Nebeneffekt. Grundsätzlich fließt sehr wenig Forschungsgeld in Pflanzen, da diese nicht patentierbar sind. Wir kennen das Spiel. Das sind übrigens noch die Hauptwegstoffe der Pflanze, wer da nochmal nachrecherchieren möchte, gerne hier abgebildet für euch. Doch schauen wir uns jetzt einmal ein paar Studien an. Eine sehr aktuelle Studie aus dem Jahre 2020 im April untersuchte die Sauerstoffaufnahme in einer Meta-Analyse in Bezug auf Ashwagandha. Die Hypothese war, dass diese durch mehr Sauerstoff aufgenommen werden kann, wenn Ashwagandha konsumiert wird. Nach dem Exkludieren der nicht passenden Studien blieben einige zurück. Miteinander verglichen werden konnten dann dementsprechend von 20 nur 5. Also sehen wir hier einen klaren Trend. Tatsächlich konnte mehr Sauerstoff aufgenommen werden durch die Menschen, die zuvor die Gabe von Ashwagandha genossen hatten. Doch wichtig, I², der Heterogenitätsfaktor war 84 und damit waren die Studien sehr unterschiedlich und damit nur sehr schwer zu vergleichen. Das heißt hier auch eine kleine Korrektur bzw. einen kleinen Dämpfer für die Studien. Aber wir hoffen natürlich bald mehr auf Forschungsergebnisse. Sauerstoff ist sehr wichtig bei uns im Körper, denn dadurch können wir überhaupt Energie gewinnen. In der Atmungskette, in unserem Mitochondrien. Denn dadurch ist das höhere Leben überhaupt erst möglich geworden. Wenn wir zu wenig Sauerstoff davon haben, übersäuert unser Körper, da er den Zucker nun mal vergärt und dabei Milchsäure anfällt. Genauer genommen das Anion, Laktat. Und das macht auch eigentlich der Krebs. Und dieser ist ziemlich ineffizient in der Energiegewinnung. Denn das wissen wir daran, dass der Krebs 10-20 Mal so viel Zucker braucht, um mitzuhalten können mit unseren normalen, gesunden Zellen. Und das wollen wir nicht. Kommen wir nun zum Thema Schilddrüse. Jetzt geht's los. Es gibt einige Hinweise darauf, dass Ashwagandha diese reguliert, zum Beispiel bei einer Unterfunktion. In einer randomisierten Kontrollstudie wurde beispielsweise beobachtet, der TSH-Wert, welcher von der Hypophyse, also von der Hirnanhangdrüse, beeinflusst wird. Diese sendet ja das TSH, das Schilddrüsenstimulierende Hormon TSH aus, an die Schilddrüse, um diese zu erinnern. Bruder, du musst arbeiten. Steh auf. Steigt dieser Wert, bedeutet es meistens, die Schilddrüse arbeitet zu wenig. Arbeitet sie zu viel, sinkt der TSH-Wert, weil sie nicht mehr an ihre Arbeit erinnert werden muss, die Schilddrüse. Und hier sehen wir es auch nochmal in Zahlen, wie statistisch signifikant im Vergleich zur Placebo-Gruppe in der TSH einfach stetig weiter sinkt bei der Ashwagandha-Gruppe. Das heißt, die Schilddrüse muss ja jetzt tatsächlich mehr Schilddrüsenhormone freisetzen, sonst würde das Schilddrüsenstimulierende Hormon ja nicht sinken, oder? Und auch hier konnten wir tatsächlich einen statistisch signifikanten Anstieg verzeichnen in der Ashwagandha-Gruppe im Vergleich zur Placebo-Gruppe. Das Ganze hier nochmal in Zahlen ausgedrückt. Das war der T4-Wert. Und auch der T3-Wert, das aktive Schilddrüsenhormone, worauf es wirklich ankommt bei dir im Körper, nahm weiter ab in der Placebo-Gruppe mit einer Unterfunktion. Hingegen war der ist gegenteilige Trend zu beobachten in der Gruppe, die Ashwagandha genossen hat, sehen wir hier. Das Ganze natürlich auch statistisch signifikant. Es handelt sich hier um eine 50-Teilnehmer-randomisierte Kontrollstule, die sicherlich limitiert ist in ihrer Aussagekraft. Trotzdem klare Ergebnisse erbracht hat. Das möchte ich nochmal hier erwähnen. Daher versuche ich, diesen Thesen weiter zu untermauern. Es gibt auch einige Lebensstudien an Tieren, wo gezeigt werden konnten, dass die Gruppen mit Ashwagandha deutlich mehr Schilddrüsenhormonen, zum Beispiel hier T4, produziert haben, als die ohne Ashwagandha. Und auch hier mit einer statistischen Signifikanz. Das wurde hier auch viel höhere Mengen verabreicht, 1,4 Gramm pro Kilogramm. Aber das ist normal, denn Tierstudien, das beobachtet man wirklich durch die Bank, kann nicht mit der Wirkung skaliert werden, beziehungsweise mit der Menge auf den Menschen. Es gibt keine klare 1 zu 1 Skalierung auf den Menschen, weil die Physiologie sich schon in dem Maße so unterscheidet, dass man es nicht skalieren kann einfach. Aber es gibt natürlich immer sehr schöne Tendenzen und wenn es dann natürlich noch deckungsgleiche Studien gibt, die zuvor in Menschen gemessen worden sind, ist das Ganze noch viel näher an der Kausalität natürlich dran und versuchen immer einen Schritt näher dahin zu kommen. Denn zum Beispiel zuvor in der Menschenstudie haben wir ja nur 600 Milligramm benötigt. Da hat es ja dann auch zu Vorteilen geführt. Auch in einer anderen Lebensstudie konnte gezeigt werden, dass es eventuell einen starken Zusammenhang gibt. Hier sehen wir, dass das T3 erhöht wurde nach nur 20 Tagen und so wie das T4 sich fast verdoppelt hat. Und auch die Enzyme, die Diodasen, die ja selenabhängig sind, dazu habe ich ebenfalls ein Video gemacht zur Schilddrüse, sind ebenfalls erhöht worden, die Aktivitäten. Die sind sehr wichtig bei der Umwandlung von T4 zu T3 oder die Hemmung. Und wichtig ist aber hier noch zu beachten, dass dieses nicht statistisch signifikant war, aber trotzdem wollte ich es einmal erwähnen. Also nochmal statistisch signifikant waren jetzt nur die Enzyme. Vorher die Werte, die waren statistisch signifikant. Der super Nebeneffekt war dieser, dass Enzyme, die Radikale bei dem Körper puffern, massiv gesenkt wurden, ebenfalls durch die Ashwagandagabe. Hier sehen wir MDA, das ist ein Marker für oxidiertes Fett, also genau genommen Fettsäuren bei dir im Körper. Und diese ist natürlich, wie sehen wir hier, um die Hälfte gesunken. Und das ist wirklich Wahnsinn, ja, dass immer weniger Radikale da sind, die bei dir Fette oxidieren durch Ashwagandag. Oder auch die Superoxid-Dismotase. Das ist ein wirklich sehr wichtiges Enzym bei dir im Körper, denn es verhindert das übermäßige Vorkommen von Stickstoffmonoxid bei dir im Körper, was einerseits sehr wichtig ist für die Funktion deines Endothels, genau genommen deiner Arterien, aber gleichzeitig bei so hohem Aufkommen sehr schnell reagieren kann mit Superoxid-Radikalen. Und diese werden gepuffert durch Superoxid-Dismotase. Wenn das nicht passiert, entsteht das Superradikal, wobei es kein Radikal in dem Sinne ist, ja, aber mit radikalischem Charakter das Peroxid-Nitrit. Und das ist wirklich ein absoluter Killer für uns. Und das wollen wir nicht. Von daher die Superoxid-Dismotase, sehr wichtig, wurde hier auch gesenkt, sehr schön. Und die Katalase. Die Katalase, an der möchte ich nochmal einen besonderen Augenmerk geben, denn die Katalase ist sehr wichtig für die Entgiftung von Wasserstoffperoxid. Und meines Erachtens ist das Wasserstoffperoxid der Hauptverursacher für Abnormalitäten in der Schilddrüse, denn es wird stetig gebraucht. Das Wasserstoffperoxid wird benötigt, um Iodit zu oxidieren zu Jod, damit daraus Schilddrüsenhormone T3, T4, denn diese beinhalten jeweils drei oder vier Jodatome, gebaut werden können. Und wenn das nicht da ist, dann kann das nicht passieren. Und wenn davon zu viel da ist, was nicht entgiftet werden kann, zerstörst du dein eigenes Gewebe. Von daher ist Katalase sicherlich hier ein sehr großer Meilenstein. Das Ashwagandha ist doch auch noch beeinflusst. Dazu kommt übrigens bald noch ein Video, was sehr dringend angeschaut werden sollte, denn ich wiederhole, bei Autopsien sind fast 85% der Schilddrüsen, da weisen dann quasi eine Abnormalität auf, ja. Und nur 15% werden tatsächlich im Ultraschall beobachtet. Meines Erachtens Hauptgrund, nicht suffiziente Entgiftung von H2O2 im Schilddrüsengewebe. Alle mir persönlichen wichtigen Inhaltsstoffe bezüglich auf die Schilddrüse findet ihr bei uns übrigens auch in unserem Produkt, was ich für euch entwickelt habe. Doch woran liegt es jetzt? Kann man es genau sagen? Meine Vermutung ist jene, dass die Hauptwirkung von Ashwagandha Stressverminderung ist. Und dazu gibt es alleine 25 randomisierte Kontrolltreibs, die mit vielversprechenden Ergebnissen protzen. Es ist wichtig zu verstehen, dass der Stress wirklich einer der großen Störfaktionen deiner Schilddrüse ist. Hier ein Beispiel einmal von einer tollen Studie bei einer Gabe von 250 oder 600 Milligramm pro Tag über vier oder über acht Wochen und einer Placebo. Wir sehen hier, dass je höher die Konzentration von Ashwagandha war und je länger eingenommen, desto niedriger fiel die Stressskala für die Probanden auf. Referenzbereiche, kein Ashwagandha oder 600 Milligramm pro Tag. Die Placebo-Gruppe schnitt am schlechtesten ab und zwar nicht statistisch signifikant, hingegen aber Ashwagandha-Gruppe unter einer statistischen Signifikanz. Das scheint einigen zu subjektiv, daher wurde ebenfalls der Cortisol-Spiegel gemessen, was ja das Stresshormon bei uns im Körper ist. Und hier ebenfalls der gleiche Trend korrelierend. Je mehr Ashwagandha und je länger, desto mehr war der Wert gesunken. Die Placebo schnitt wieder deutlich am schlechtesten ab und ohne statistische Signifikanz. Im Vergleich aber zur Ashwagandha-Gruppe schon. Schauen wir uns nochmal den Schlaf an zum Schluss und an dem sehen wir hier wieder denselben Trend. Das beste Ergebnis, längere Einnahme, längste Einnahme. Acht Wochen, höchste Dosierung, 600 Milligramm am Tag, sehen wir auch hier. Die Konklusion, Ashwagandha ist ein medizinisch wichtiges Kraut und hat einige erwiesene Wirkungen auf die menschliche Gesundheit. Die Ergebnisse dieser Studie deuten darauf hin, dass eine achtwöchige Supplementation von Wessring-Ashwagandha-Wurzelextrakt mit einer signifikanten Reduktion des Stressniveaus bei Einzelpersonen verbunden war und die alleinige Lebensqualität verbesserte. Fand ich sehr schön geschrieben? Die alleinige Lebensqualität verbesserte. Denn Stress ist nicht Lebensqualität. Daher könnte die Verwendung dieses Krauts als Ergänzung zur Stress- und Angstbewältigung eine ausgezeichnete Alternative sein. Weitere Studien, die mit einer größeren Kohorten und mit verschiedenen Populationen mit mehr biochemischer, physiologischer und psychologischer Bewertung durchgeführt wurden, könnten die vorliegenden Ergebnisse bestätigen. Wenn wir noch eine Ebene tiefer gehen, denke ich, ist es dabei, dass die verschiedenen sekundären Pflanzenstoffe bestimmte Rezeptoren bei dir im Körper belegen, belagern, lockern, wie auch immer und damit die Wahrnehmung verändern. Und damit empfindest du anscheinend weniger Stress, was sehr vorteilhaft sein könnte. Ähnlich wie beim THC oder ihr kennt diese ganzen sekundären Pflanzenstoffe, nur natürlich jetzt nicht in dem extremen Maße bei Ashwagandha, sonst wäre es sicherlich nicht so einfach erlaubt. Die Studienlage ist dünn, aber ich habe mich durchgekämpft und habe für euch sicherlich ein paar stimulierende, anreizende Studienergebnisse liefern können. Und die haben für mich definitiv ausgereikt, um diesem Stoff eine Chance zu geben. Und ich muss sagen, er hat mich nicht enttäuscht. Ich nehme mir diesen Stoff, beziehungsweise dieses Nahrungsergensmittel schon länger. Deshalb habe ich mir auch fast ein Jahr Zeit genommen zur Entwicklung dieses Produktes. Und ich muss sagen, Ashwagandha macht seinem Namen wirklich alle Ehre. Es gibt so viele tolle, positive Erfahrungsberichte und wir müssen uns darauf auch nur mal stützen und hoffen, dass bald die Studienlage noch dichter wird. Dankeschön fürs Zusehen. Sehr gerne auf purazell.de könnt ihr mich unterstützen für meine Arbeit. Dort findet ihr auch alle anderen weiteren Infos, auch zu diesem Produkt, wenn ich damit dein Interesse geweckt hat. Dankeschön für deine Unterstützung. Bis gleich auf purazell.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.